Das sind 6.800 und ein paar zerquetschte Blätter von ungefähr 22.000 von einem Baum gesammelt während eines Jahres. Die Besonderheit, das ist ein Originalfoto aus dem Louvre. Das ist der Millet, die Ehrenleserin. Und der Künstler hat sich dann gleich mit in das Bild eingebaut. Da macht er gerade die Performance von seinen Arbeiten. Die Endprodukte sind diese Zeichnungen quasi, die aussehen wie Zeichnungen, was man sich dann auch von draußen von der Straße aus anschauen kann. Das wird wohl eine Woche etwa brauchen, bis er die Arbeit fertig gemacht hat. Das wird wohl eine Woche купiert, bis er die Rolle zu beginnen. Bis zum nächsten Mal.